Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier die Cool Bananas Rainsuit P2, ein Sleeve für das Apple iPad mit eingebauter Fronttasche. Ist hier noch eingepackt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt packen wir es mal aus. So. Das hier ist die grüne Variante, also die Tasche gibt es aber noch in rot und in grau. Nehmen wir hier das Verpackungsmaterial ab. Hier haben wir unten rechts das Cool Bananas Logo. Das Material der Tasche ist Neopren. Vorne hier die Zubehörtasche. Da passt zum Beispiel dann ein iPad Stift rein, den gibt es ja jetzt auch schon zu kaufen. Und hier oben haben wir dann das Hauptfach. Da haben wir noch eine kleine Füllung drin, die das iPad ersetzen soll. Innen drin auch schön grün und weich. Und jetzt hole ich mal das iPad. Und da können wir mal schauen, wie gut das da reinpasst. Hier, das stilten wir jetzt einfach drüber. Das soll dann auch noch das iPad vor herausfallen schützen. Sehr gut mitgedacht. Gut geschützt. Und mit diesem Sleeve könnt ihr dann euer iPad einfach in euren Rucksack stecken und braucht keine Angst zu haben, dass es zerkratzt. Verstürzen würde ich mal sagen, wird die Tasche eher nicht schützen, da sie nicht ausreichend gepolstert wird. Auf newgadgets.de findet ihr dann auch noch weitere Bilder und Informationen zum Cool Bananas Rainsuit P2 iPad Sleeve. Vielen Dank.